hallo liebe freunde hier ist der frank schuh von elliard vapor live und das hier ist eine sonderausgabe für das wti crude oil und da gehe ich jetzt rein denn da ist gestern was passiert und zwar ist meine make or break linie unten gerissen nach der anpassung meiner analyse vorgestern gestern sorry mittwoch ich bin im falschen film hatte ich noch in dem video darauf hingewiesen auf die retracements das 88 7 die letzte ausfahrt ist und das danach die analyse für die tonne ist sie ist nicht komplett für die tonne aber ein größerer teil davon muss neu geschrieben werden und zwar schaut mal drauf hier hier oben die große 1 ich gehe mal kurz in den wochenstart dann seht er das hier ein bisschen besser so ok die 1 und dann kommt die 2 hier runter so das ist die große bewegung und dann geht das hier weiter nach oben so diese zwei wie kann die sich ausgestalten so das hier ist jetzt nicht nur eine korrektur meine analyse sondern man könnte es als lehrvideo verstehen denn jetzt gehen wir hier in die tiefe und wem das zu lang ist der bricht dann auch ab am besten weil das ist jetzt nicht einfach nur da und da geht es hin sondern ich werde euch jetzt die herleitung zeigen wie komme ich dahin und was passiert hier aus meiner sicht wobei das natürlich auch falsch sein kann denn hier das muss ich dann einfach ganz klar sagen das war für die tonne ganz klar was aber stehen bleibt ist zunächst mal das hier die korrektur als solches diese bewegung hier die zweier bewegung nach unten die hatte ich gezählt als w x y was nicht grundsätzlich falsch ist aber ich hatte eher damit gerechnet dass die x hier oben hinkommt das wäre eine saubere x gewesen was ist aber jetzt passiert die x war schon zu ende und deswegen sind wir jetzt hier schon bereits wieder eine abwärtsbewegung so ist das mit diesen wellen eine b und x die kann ziemlich unterschiedliche ausmaße annehmen das ist nun mal eben leider so und so ist es auch hier geschehen das heißt im klartext ich muss jetzt mal ab hinter der 1 alles löschen was da ist und dann das ganze noch mal quasi neu einzeichnen das hier unten bleibt mehr oder weniger gleich wobei ich aber dazu tendiere davon auszugehen dazu mache ich das retracement hier dran dass die zwei vermutlich etwas tiefer kommt als 61,8 prozent bei dem was wir sehen ich deute jetzt hiermit an dass ich das dazwischen mache dass ich eher mit einem rücklauf über 61,8 prozent rechne ich könnte es auch direkt an die 78 hängen mache ich aber jetzt mal nicht das hier soll nur euch bedeuten dass das hier aus meiner sicht relativ weit zurückkommen wird das ganze ok also 50 bis 45 oder sogar tiefer ist möglich so das erst mal dazu und das aufgrund der aktuellen entwicklung jetzt lösche ich das hier mal alles raus das kommt alles weg das ist die alte analyse jetzt von mittwoch die habe ich seither nicht verändert weg damit so jetzt sieht das ganze so aus und wir bleiben jetzt für den moment mal eben im tageschart da kann man das besser überblicken das ganze und nun nämlich die diese bewegung die welle 2 und wenn ihr das muss ja irgendwie eine dreiteilige bewegung werden ja so jetzt zeige ich euch mal was passiert wenn ich einfach eine abc daraus mache dann sieht das so aus jetzt seht ihr hier schon diese a die könnte ich jetzt höchstens noch korrektiv erzählen macht keinen so großen sinn ich bleibe bei meiner einschätzung dass es hier eine double combo ist das wird nachher noch ein bisschen deutlicher warum und zwar nicht die weh jetzt hier wo der wo das programm wir jetzt einfach mal von sich aus automatisch hingesetzt hat so die setze ich jetzt mal hier hin dann ist jetzt hier entschuldigung dahin die x die hier oben sein hätte sein können mit einer hohen ausdehnung muss ich wohl dazu sagen die war hier jetzt schon zu ende aus meiner sicht ja wie gesagt da kann jeder andere meinung sein schreibt es in die kommentare das mache ich ja weil das zur diskussion steht ja das ist ja auch erlaubt eine andere sichtweise zu haben innerhalb dieser w haben wir dann eine abc bewegung wobei ich hier die a setzte hier haben wir das tief dann die abc das heißt hier kommt noch mal eine abc rein das sind alles dreiteilige bewegungen und hier diese c ist dann wieder fünfteilig wie ihr seht die ist dreiteilig die könnte ich jetzt auch fünfteilig zählen die a aber im starkes chart macht das jetzt keinen sinn das kann man vielleicht später im vier stunden chart oder im stunden chart machen das lasse ich jetzt mal so hier haben wir dann die x und dann geht es folgendermaßen weiter das hier ist ein dreiteiler eine abc dann haben wir natürlich hier noch mal jetzt eine abc die uns in die welle 2 führt das heißt die y-welle hier ist ein dreiteiler da machen wir jetzt einfach mal einen rein und schauen uns das an wo der landet den mache ich hier hin wir haben hier aus meiner sicht eine überschießende b das zeige ich euch gleich das hier als korrektur a b c und hier wieder eine abc die lasse ich jetzt mal weg und hier die letzte bewegung die jetzt hier runter geht das wird jetzt eine fünfgliedrige bewegung werden und dies zeichne ich jetzt mal kurz hier ein eine impuls bewegung so die 1 ist jetzt hier gelandet ich kann jetzt noch nicht sagen wo die endet das heißt ich mache jetzt mal ich doch die jetzt mal nicht an damit dadurch erkennbar wird dass sie vielleicht auch woanders hin landet und hier bei der welle 2 muss ich dann das retracement dran machen was bedeutet alles das was jetzt hier in dem retracement angezeigt wird ist beim rücklauf möglich und kann angelaufen werden die welle 3 da mache ich jetzt eine extension dran somit können wir sehen was passiert als untergeordnete 3 in einem etwas kleineren zyklus als unterwelle einer anderen 161,8 der welle 3 machen die gerne 123,6 das heißt zwischen dem und dem hier sollte die welle 3 länger werden dann ist das ein erstes indiz dafür dass wir hier mit der 2 tiefer kommen aber das warten wir noch ab und dann kriegen wir natürlich wieder einen rücklauf hier in der welle hier da mache ich jetzt noch kein retracement rein wir warten jetzt erstmal ab was hier passiert das hier ist noch nicht ausgemacht das kann jetzt direkt korrigieren heute wissen wir nicht oder weiß ich nicht oder kann noch weiter gehen je nachdem wo sich nachher das ende der welle 1 zeigt sofern meine zählweise richtig ist muss ich den rest dann nochmal anpassen etwas so ein finish machen ok also jetzt haben wir das grobe gerüst hätte ich das jetzt einfach mit einer normalen abc welle gemacht wäre das nicht so gut hingehauen da hätte man sich ein bein ausreißen müssen um da irgendwie die wellen richtig unter zu bekommen das wäre schwer gewesen wenn das jetzt zum beispiel eine b gewesen wäre dann muss man wieder gucken wo baue ich jetzt hier die wellen ein und so weiter also natürlich kann ich falsch liegen ich habe ja auch jetzt beim letzten mal am mittwoch auch falsch gelegen also es ist zumindest ab hier ab da spätestens da war es falsch das war zwar nicht absehbar aber falsch bleibt falsch ja und nun dafür gibt es halt eben und das ist das schöne dafür gibt es make up reading die ich euch eingezeichnet habe plus dem hinweis dass wenn die 88,7 als letzte ausfahrt überschritten werden und die mob reist das für die tonne ist wichtig ist auch solche dinge zu achten wenn man jetzt hier involviert ist im markt der stopp muss bei solchen sachen einfach stimmen das ist ganz ganz elementar wichtig ja und jetzt wolltet ihr auch dann vielleicht in die gegenrichtung handeln da ist es immer besser vorher auf ein umkehrsignal zu warten zweite regel das heißt wenn man es richtig macht und ein regelwerk besetzt und mit prinzipien handelt dann ist man auch da gefahrt davor gefeit mittelfrist mittlere oder größere verluste zu machen wenn die analyse korrigiert werden muss das ist noch etwas wo wir vielleicht schon mal hier und darüber sprechen müssen wie man das risiko dann tatsächlich in schach hält und am ende halt eben die verluste minimiert und die gewinne einkassiert das wäre noch mal ein thema für sich kommen wir nach und nach mal drauf ich hoffe dass ihr das jetzt erstmal erkannt habt ich mache jetzt mal die unterwellen da rein und dann zeige ich euch das ergebnis so hier ist die welle 1 ich bin jetzt im vier stunden start und da mache ich jetzt hier mal erstmal ein paar ein paar wellen rein ja also ausgehend von der welle 1 da haben wir eine 5er welle drin in der 3 noch mal eine 5er welle dann haben wir hier innerhalb der bene abc da oben ist die b hier ab der c das stück ist wieder fünfgliedrig das hier ist dreigliedrig eine abc dann geht es runter von der b hier in diese c die dann die w voll macht und die ist dann auch wieder ein zig zag entschuldigung das ist gar nicht hier richtig jetzt was ich mache das ist natürlich c und damit fünfgliedrig hier ist die 1 da haben wir es mit einem diagonal zu tun ein ending diagonal da ist die 1 ausgedehnt und dann ist die 1 automatisch hier in diesem fall auch eine abc und keine 5er welle hier könnte man jetzt noch mal unterteilen dann dann haben wir noch die unterbellen da drin ihr seht dass das alles hier als fünf zählen lässt das als abc das als fünf die 1 ist eine abc und dann kriegt man die auch gezählt sonst wäre das schwer 1 2 3 4 dann wären wir hier schon wieder im territorium der 1 das wäre dann schlecht das heißt das hier ist aufgrund dieser hohen welle hier ein ending diagonal geworden dann haben wir eine 12 die 3 ist nicht die kürzeste welle aber das ist hier die die zweitkürzeste die 1 ist die große welle dann hier die ist aber auch fünf auch eine abc in dem fall schuldigung im ending diagonal sind die impulswellen abc muster dann haben wir hier die welle 4 mit dem abc und hier noch mal abc runter und dann könnten wir hier noch mal hingehen und machen da noch mal die unterteilung rein 1 2 3 4 5 das ist eine schöne a eine schöne b eine wunderbare c fünfgliedrig und hier geht es dann runter in die a das schauen wir mal ob wir die sauber fünf gliedrig hinkriegen 1 2 3 4 und 5 und hier sieht man dann auch sehr schön wie wie gerne die b sowas macht die b geht dann noch mal tiefer die schießt übers ziel hinaus das passiert sehr häufig ja hier könnte man jetzt auch was rein machen das würde ich aber nicht im vierstunden chart tun dafür ist das hier zu klein aber im stunden chart werdet würdet ihr sehen dass das hier noch eine sehr schöne fünf wäre jetzt geht es von hier aus in die welle b und da haben wir schon eine abc drin und jetzt müssen wir hier mal schauen dass wir da mal eine unterteilung reinbringen hier da das alles ein diagonal ist die große bewegung sekunde mal eben mal eben moment 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 ja das stimmt nicht ganz nein hier ist wohl die a die a ist hier eine dreigliedrige welle das passiert sehr gerne nein das ist die a ich habe mich gerade vertan dann haben wir hier die welle b so die welle b besteht aus einer a und einer b und einer c ich war gerade aus dem konzept raus entschuldigt bitte so und dann diese welle b hat auch eine abc hier die wir nochmal unterteilen können eine fünfer a eine dreier b und wieder eine sehr schöne fünfer b daran sieht man dass die zählweise hier absolut passend ist auch hier könnte meine fünf zählen aber das würde ich wie gesagt ich eben schon nicht im vier stunden start machen und hier eine 123 so von hier aus geht es dann weiter runter diese eins macht dann letzten endes eine fünf eine 12 die drei gibt jetzt zwei möglichkeiten wenn die 1 vorbei ist sieht das anders aus ich mach das nochmal weg dann sieht die welle so aus aber ich kann momentan nicht bestätigen dass die 1 vorbei ist dann ist das hier eine 12345 ich mach das einfach jetzt mal so und lass das mal da hängen dann ist die fünf die lange welle ja wo die drei hat auch einen sehr großen rücklauf gemacht wenn sie sechs kurze eins haben so jetzt habe ich alles ausführlich gemacht von hier aus geht dann eine dreier welle hoch in die zwei anschließend und das sind die möglichen retracement auch hier die a und die b die kann flacher ausfallen die kann höher ausfallen die b kann flacher ausfallen die kann höher ausfallen also da müsst ihr ein bisschen aufpassen das hier ist erstmal exemplarisch zu verstehen ja und es sollte dann von hier aus auf jeden fall hier in die werde zwei gehen und in diesem bereich irgendwo die kurve kriegen dann lohnt es sich auch wieder zu handeln ich würde hier ehrlich gesagt die finger davon lassen warum weil ihr nie wisst wo die 1 die keinen referenzpunkt hat wo die endet das heißt man man steigt nicht in einen in eine impulswelle ein um dann eine korrektur zu handeln das ist das verrückteste was man tun kann bei er der 12 also lasst also nicht jetzt hier auf die lauer legen nach dem motto ich will das jetzt hier mitnehmen ihr könnt das natürlich machen gar keine frage aber ich rate dringendst davon ab wenn wir aber hier eine 2 machen dann können wir wieder da oben einen stopp setzen hier oben bei 90 prozent mache ich das zumindest ihr könnt das auch woanders machen hier würde dann der stopp sein und dann würde ich gucken wo finde ich jetzt den einstieg ich tue jetzt mal so als ob der in die nähe von 61,8 kommen würde und dann macht das ganze wieder sinn zu handeln hier unten zumindest mal bis zur drei aber ich sage euch das ganze bild dann würde ich auch nägel mit köpfen machen und hier ab warten wo die 2 landet das kann ich euch jetzt momentan nicht sagen das heißt wir tun mal so ihr könnt ja hier schon gucken dass man da aussteigt dann ist das hier oben das risiko und vom grünen bis zum gelben die chance das kann man machen ist kein traum aber kann man machen das ist auch eine korrekturwelle die 2 aber die welle die wir handeln ist eine impulsive bewegung so jetzt habe ich einfach wirklich mal weit ausgeholt und jetzt könnt ihr das auch noch mal alles für euch überprüfen dann gerne hier ich lasse das bild noch mal hier drinnen hier muss ich noch eine kleine verbesserung vornehmen jetzt ein ausrufezeichen der kommt die 3 kommt ein kleines bisschen höher und die 4 kommt dann hier dahin hoppla das muss ich gleich noch mal sauber machen hier das ist es nämlich nicht im moment so jetzt passt es das war nicht sauber gewesen hier noch mal das große bild damit ihr das nachvollziehen können jetzt ziehe ich das ein wenig auseinander so das war jetzt wirklich ausführlich das sollte es aber auch sein weil ich gehe hin und werde euch jedes mal wenn mir seine analyse um die ohren fliegt hier noch mal irgendwie zeigen was ist passiert wie kann ich das erklären und was könnte jetzt stattdessen sein so wie jetzt im euro ich das gestern gemacht habe oder auch jetzt hier im WTI Rohöl so das war es jetzt für den moment ich hoffe ich habe nichts vergessen sei es drum dann kann ich immer noch ein kurzes video hinterher schieben ich denke mal das ding ist behandelt schreibt mir eure meinung in die kommentare ihr könnt mich auch an die wand stellen das ist auch okay ihr könnt auch die abonnieren wenn ihr sagt er hat ja eine analyse vorhauen auch kein problem oder ihr freut euch einfach dass ihr informiert werdet wenn sich etwas anderes entwickelt als vorher prognostiziert liegt alles bei euch danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal der frank schuh von elliott rüber live ja